Herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial Video. Heute zeige ich euch, wie ihr die Brause von einem Wasserhahn richtig reinigen könnt. Ja, wer kennt das Problem nicht. Man macht den Wasserhahn auf und anstatt einem schönen Strahl kommt einem irgendein, naja, Gespritze entgegen. Nicht wirklich schön, kommt nicht viel raus und überall Wasser. Ja, da gibt es eine ganz einfache Möglichkeit. Entweder man kauft sich eine neue Düse, kostet aber viel Geld. Nein, meistens liegt es daran, dass die Düse verkalkt ist. Im Wasser ist ja Kalk gelöst und der verfängt sich in dieser Düse und dann sieht die irgendwann so aus. Ja, ganz einfach, wir brauchen eine Schale und in diese Schale machen wir Essig. Welcher ist dem Grundgenom egal? Ich nehme hier gerade eben Brandweinessig. Ich mache das Ganze so voll, dass die Düse komplett im Essig liegen wird und lege dann die Düse inklusive dem Innensieb natürlich und dem kompletten Teil in den Essig hinein. Lasst dies über Nacht einwirken und am nächsten Tag einmal kräftig ausspülen und in den Wasserhahn wieder einbauen. Dann ungefähr kurz laufen lassen, dass auch der letzte Essig aus eurem Wasser draußen ist und danach funktioniert die Düse wieder wie neu. Ja, ich hoffe, ihr habt wieder was gelernt und viel Spaß noch mit den anderen Videos. In diesem Sinne, Servus und bis zum nächsten Mal.